So, in diesem Video wollen wir nochmal ganz kurz über 301 Redirects sprechen. 301 Redirects bedeutet, Seite wurde permanent verschoben. Also, wenn ihr zum Beispiel eine Seite löscht und ein Link noch bei Google existiert, dann sollte man diese als verschoben melden. Das ist immer besser als permanent gelöscht. Denn wenn da jemand drauf geht, dann sollte der irgendwas Produktives, irgendwas, das ihn bei Stange hält, bekommen. Permanent gelöscht ist immer sowas wie, was soll ich jetzt mit dir, Benutzer? Wir haben das nicht mehr, die Ressource, aber wir haben nicht mal eine Alternative. Sowas ist im Web nicht gang und gäbe. Also, es gehört nicht zum guten Umgangsturm und das macht man eigentlich nicht. Also, es gibt immer nur 301 Redirects eigentlich. Gewöhnt euch da dran. Das ist am besten. So, ich zeige euch mal, wie das geht. Ich habe hier einen tjungle.net-Test hier. Hier ist eine Testseite. Ich könnte jetzt mal schamlos in mein WordPress gehen. Ihr könnt jedes andere System dafür benutzen und könnt diese Seite löschen. Wenn ihr jetzt ein anderes System benutzt, löscht eure Seite da. Ihr wisst am besten, wie das geht. So, ich weiß auf jeden Fall, dass es hier irgendwo eine Testseite geben muss. Und zwar ist das wahrscheinlich diese hier. Im WordPress kann ich hier so schön im Quick Edit sehen, dass es hier diesen Permalink hier gibt. Und ich könnte allein schon die ganze Seite auf Entwurf, beziehungsweise ich kann hier auf Privat gehen. Genau, ich stelle mal diese Seite auf Privat. Gehe auf Aktualisieren. So, und wenn jetzt über Google wer kommt und klickt hier drauf. Ja, ich öffne das Ganze im Inkognito-Tab. Bin also nicht auf der Seite angemeldet. Und dann steht hier, ups, die Seite konnte nicht gefunden werden. Vielleicht hilft dir die Suche weiter. Sowas will man nicht. Und wenn Google das erkennt, dann werden diese Seiten sowieso schon mal in den Webmaster-Tools aufgelistet. Und zwar hier unter Crawling, Crawling-Fehler. Dann gibt es, ähm, 404 Fehler werden dann hier gemeldet. Das hier ist sicherlich auch in dem Fall ein 404 Fehler. Ich gehe nochmal ganz kurz drauf. Das in dem Fall eben liefert auch ein 404 Fehler. Ich habe hier nochmal ein paar 404 Fehler, die ich mir hier anzeigen lassen kann. So, ich möchte auf jeden Fall jetzt, dass diese Seite hier privat gestellt wird. Beziehungsweise ich kann sie auch komplett löschen und in den Papierkorb schieben. Sie ist auf jeden Fall nicht mehr erreichbar. Ich gucke also, was kommt diesem Ergebnis hier, diesem Test, am nächsten. Wer hier T-Test oder so eingibt und dann auf diese Seite durch Zufall kommt, der interessiert vielleicht meine Tabelle hier, könnte ich mir denken. Oder wenn es für mich immer am wenigsten am nächsten kommt, sage ich mal, dann nehme ich die Startseite, auf die ich linke. Jetzt nehme ich auf jeden Fall zum Beispiel diese Tabelle als Link. Aber nur damit ich es mal gesagt habe, ich nehme sonst immer die Haupt-URL, auf die ich verlinke, wenn mir wirklich nichts einfällt, okay? Dann nehme ich die Haupt-URL. Ansonsten gucke ich immer, ob es was semantisch, also irgendwas Ähnliches gibt, das der alten Seite ähnelt. Dann gehe ich zum Beispiel in diesem Fall, könnte ich in mein WordPress gehen und könnte den 301 Redirect hier einrichten. Ich zeige euch aber gleich, wer jetzt keinen WordPress benutzt, wie ihr das so macht, ja, auf eurer Internetseite. Ich kann jetzt zum Beispiel auf Werkzeuge gehen, im SEO bei Yoast Tool. Das ist jetzt mit dem Yoast Tool, ne? Da gehe ich auf Dateieditor und kann meine HD-Access-Datei bearbeiten. Und selbst wenn ihr keinen WordPress habt, wird euch auf jeden Fall mein Tipp gleich auch noch weiterhelfen, falls ihr diese Datei hier kaputt macht. Also bitte das Video anlassen. Ich gebe dann hier Redirect ein, gebe hier den Link ein, den alten Link und dahinter direkt den neuen Link. Den kann ich in dem Fall, wo das die, ja, gleiche URL ist, kann ich diese URL hier komplett auch weglassen. Dann würde der von Test zu Tutorial-Tabelle linken. Ich speichere mal, probieren wir mal aus. Gehe hier rüber, klicke auf tjungle.net slash test und sehe, ich komme bei der Tabelle raus. Das wäre super, super easy, ne? Ich gehe mal zurück. Ich kann aber auch, nur damit ihr es wisst, ich kann auch hier die Domain davor schreiben. Das ist kein Problem. Dann würde der da hin denken. So, gehe hier wieder rüber, probiere es nochmal aus. Zack, jetzt wird auf meine Seite zugegriffen. Er fragt die HD-Access ab und sieht, das soll weitergeleitet werden. Wenn ihr einen Fehler macht in eurer HD-Access-Datei, wie zum Beispiel, ihr vergesst hier irgendwas, speichert das ab. Ich habe hier zum Beispiel gerade ein Redirect gemacht, ohne dass ich 301 dazu geschrieben habe. Hat funktioniert, wird als Default genommen. Aber eigentlich schreibt man Redirect 301, dann Slash Test. Habe ich eben einen Fehler gemacht, ohne dass ich das gemerkt habe. Und speichere das ab. Jetzt müsste es auch immer noch funktionieren. Gehen wir mal zurück zu Google und rufen wir nochmal diesen Link ab hier. Funktioniert, auch mit 301. Aber jetzt gleich wird es nicht funktionieren. Passt mal auf, wenn ich hier das hier wegnehme. Speichere ab. Gebe hier oben, kann ich auch so testen, gebe ich Test ein. Und komme jetzt hier bei meiner privaten Testseite raus. So, wenn ich das mal hier eingebe, dann sehe ich, alles klar, der leitet auf jeden Fall nicht weiter. Also der Redirect geht nicht. So, jetzt kommt es noch schlimmer. Jetzt vergesst ihr hier irgendwas. Das ist nicht mehr valide HTXS-Syntax. Ich gehe hier drauf, lade neu und der Server ist down. Und ihr habt auch überhaupt keine Chance, dahin zurückzukommen. Wenn ich hier auf WP Admin gehe, ihr könnt das nicht mehr bearbeiten. Ihr müsst definitiv euch diese HTXS-Datei über FileZilla zum Beispiel runterladen. Dafür müsst ihr sicherstellen, dass die versteckten Dateien angezeigt werden. Die liegt im Hauptverzeichnis von WordPress. Ihr müsst also mit FTP auf euren Server, ihr müsst euren Host aufrufen, so wie ich jetzt das hier gerade mache. Die Seite liegt jetzt gerade hier bei SiteGround. Zeige ich ja bei YouTube, wie man das installiert. Ich gehe auf Go to C-Panel und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich hier an SiteGround extrem liebe. Es ist ein absoluter Knaller-Host. Hiermit kann man nicht nur E-Mails geil hosten. Dann sind auch noch die Kunden-Support ist mega schnell. Also wenn ihr das nicht finden würdet, könntet ihr auch dem Support hier schreiben. So, ich gehe dann hier runter auf File Manager. Dann wähle ich meine Domain aus, in dem Fall tjangle.net und gehe da drauf. Und habe dann alle meine Daten, die in der WordPress-Installation liegen. Da müsst ihr auch hingehen. Auf HTXS gehe ich dann hier. Ich muss übrigens auch sicherstellen, dass wenn ich das öffne hier aus dem C-Panel, dann muss ich das hier Show Hidden Files aktiviert haben. Denn dieses .file, diese HTXS-Datei ist eine versteckte Datei, weil da ein Punkt davor ist. Die sieht man nicht immer. Ich mache dann ein Rechtsklick hier drauf, gehe auf Code Edit, dann nochmal auf Editieren. Und dann kann ich meinen Fehler hier beheben. Redirect. So. Wenn ich das jetzt speichere, dann kann ich meine Seite wieder erreichen. So. Und jedes Mal, wenn ich jetzt Test eingebe, dann wird das hoffentlich funktionieren. Es sei denn, ich habe hier noch einen kleinen Fehler, der zwar kein Syntax-Fehler ist, aber ein semantischer Fehler, sage ich mal. So. Und jetzt werde ich richtig weitergeleitet. Und da sammeln sich einige an. Also meine HTXS-Dateien haben hunderte von diesen Redirects drin. Das sollte man immer dann tun, wenn eine Ressource nicht mehr vorhanden ist. Das ist Best Practice. Das ist für den User optimieren. Das machen wir auch. Ich zeige euch in diesen Tutorials hier, wie die Webmaster-Konsole funktioniert. Das heißt nicht, dass das das wichtigste SEO-Kriterium ist. Das Allerwichtigste ist, dass ihr eure Suchenden, eure Suchenden-Seitenbesucher, dass ihr die zufrieden stellt. Dass die auch das finden, was sie suchen. Wenn das der Fall ist, erkennt das Google, rankt euch besser. Das heißt, diese Redirects sind nicht zu verachten und sehr wichtig. So. Zwei Sachen möchte ich auf jeden Fall noch ganz kurz loswerden. Und zwar ist es super wichtig, dass wenn man eine Website neu aufsetzt und sich die Linkstruktur verändert, dass man für alle Links, die man unter Site, eure Website, also in dem Fall tjungle.net findet, dass man für die passende Redirects anlegt. Also wenn hier zum Beispiel die Datenschutzerklärung ist, der neue Link auf der neuen Website ist Datenschutz, dann sollte man redirecten von Datenschutzerklärung zu Datenschutz. Oder wenn zum Beispiel die Produkte eine komplett andere Struktur haben. Vorher war es Product mit einem C. Jetzt ist es Produkte, muss man alle weiterleiten. Da gibt es auch Tricks, wie man mehrere URLs weiterleitet. Ja, aber und wie man vor allem die Redirects automatisch erstellen kann. Aber man muss an sowas denken, denn sonst führen Links bei Google ins Leere. So, und noch eine zweite Sache, die ich loswerden will, ist, dass, ja, wenn ihr das Video hier nachmachen wollt mit einem anderen System, dann müsst ihr auch diese HT-Access-Datei bearbeiten. Ich habe in diesem Tutorial hier jetzt WordPress genommen, aber ihr könnt natürlich, so wie ich das gemacht habe, auch einfach eure HT-Access in eurem Content-Management-System oder für eure Seite, die HT-Access-Datei, die mit in dem Ordner eurer Webseite liegt, die könnt ihr, eventuell gibt es die nicht, dann müsst ihr die erstellen. Und dann könnt ihr hier diese Redirects hinzufügen mit 301, alt, neu. Und dann linkt ihr von alt nach neu. Und dann funktioniert der Link auch wieder für den Benutzer, und der wird das gar nicht merken. Alles klar, viel Erfolg mit euren Weiterleitungen.